Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale und heute starten wir rein mit der nächsten Episode unserer FIFA 22 Spieler Karriere. Leider haben wir uns an der letzten Episode im Spiel verletzt und fallen hier noch 21 Tage aus. Ich habe es schon ein bisschen vorsimuliert, insgesamt waren es ja 29 Tage, aber immer noch sind es 21 Tage, die wir jetzt hier verletzt aussetzen. Und man sieht auch, wir fallen immer weiter in der Gunst unseres Trainers, dadurch, dass wir einfach nicht spielen können, verletzte. Das heißt, wenn wir zurückkommen, das wird auch nochmal eine lange Aufgabe, sich da überhaupt mal wieder reinzuarbeiten in die erste Mannschaft. Jetzt steht aber erstmal ein Spieler, wir können leider nicht spielen. Mal gucken, was wir dann hier machen. Ich denke mal, wir können es einfach schnell simulieren, genau. Wir schnell simulieren das Ganze und gucken, was unsere Jungs da machen. Sie verlieren mit 2 zu 1, kein gutes Ergebnis hier und wir fallen auch dadurch mit der Tabelle wieder so ein bisschen nach unten. Sah ja am Anfang wirklich sehr, sehr gut aus mit zwei Spielen, zwei Siegen, aber so langsam dann doch die Realität. Ich hätte sie eigentlich noch nicht so stark in der Belgischen Liga eingeschätzt. Nächstes Spiel dann jetzt gegen Standard Lüttich. Da sind wir natürlich klare Außenseiter. Ich glaube, das wird ein schweres Spiel. In der Gunst des Trainers sind wir mittlerweile ganz unten. Ja, ein bisschen traurig. 16 Tage noch. Dann können wir hoffentlich daran was ändern. Jetzt können wir erstmal das Spiel hier wieder schnell simulieren. Schauen wir mal, was sie dieses Mal anstellen. Auch das verlieren sie mit 2 zu 1. Zwei Niederlagen jetzt also hier ohne uns. Theoretisch sollte das ja eigentlich was Gutes für uns heißen, aber man muss mir ehrlich sagen, in der Gunst sind wir so weit gesunken, dass ich trotzdem glaube, dass es schwer wird. Jetzt sind es hier noch sieben Tage und das nächste Spiel fängt an. Ich denke, auch das können wir einfach wieder schnell simulieren. Gucken wir mal, ob unsere Jungs jetzt mal irgendwas zustande bringen hier ohne uns. Ein Heimsieg wäre doch jetzt mal ganz nett. Und da ist er tatsächlich. Wir gewinnen hier mit 2 zu 0. Ja, gutes Ergebnis, aber auch gut für uns. Unsere beiden Stürmer, Kollegen oder Konkurrenten treffen beide nicht. Wir können ja wieder trainieren und somit haben wir tatsächlich auch einen Levelaufstieg geschafft mit dem ersten Training nach der Verletzung. Ganz viel sind wir noch nicht. Wir können noch nicht wieder spielen, aber wir können wieder trainieren und können uns hier auch direkt weiterentwickeln. Und auch einen neuen Vorteil haben wir hier freigeschaltet und zwar Active First Touch. Der erhöht unsere Ballkontrolle, unseren Antritt und unser Sprint Tempo. Also eigentlich alles, was man als Schirmer gerne haben möchte. Dementsprechend, den würde ich auf jeden Fall auswählen. Der sieht sehr, sehr gut aus für uns. Und damit endet jetzt hier auch das Transferfenster natürlich für uns unspektakulär. Denn klar ist, wir sind bei einem Verein untergekommen. Wir werden jetzt nicht nochmal wechseln. Dementsprechend, ja, keine große Neuerung jetzt hier für uns. Gute und schlechte Nachrichten hier für uns. Wir kriegen die Nachricht, wir sind wieder fit. Kriegen aber auch die Nachricht unseres Trainers, dass wir aus der ersten Mannschaft komplett raus sind. Und er nicht mal weiß, ob ich überhaupt was für den Kader bin. Also dementsprechend, es wird echt schwer, uns nach dieser Verletzung wieder zurückzukämpfen. Und tatsächlich stehen wir hier gegen Brügel nicht mal im Kader. Das ist traurig. Also ich muss weiterhin sagen, ich finde diese Mechaniken in dieser Karriere echt nicht so nice. Weil es dann einfach immer nur berücksichtigt, die spielst du oder spielst du nicht. Und das ist doch, wenn du ein guter Spieler bist, was wir nun mal sind. Wir sind einer der besseren Spieler in diesem Kader. Dann wärst du eigentlich zumindest mal auf der Bank, wenn du nach so einer Verletzung zurückkommst. Sind wir hier nicht. Dementsprechend können wir das Spiel nur schnell simulieren und hoffen, dass unsere Mannschaft da irgendwas Gutes leistet. Werden wir mit 5 zu 1 abgeschossen. Klare Sache am Ende. Wieder trifft keiner unserer Kollegen im Sturm. Also eigentlich gibt es keinen Grund, uns da wirklich nicht auf die Bank zu setzen. Und wir haben im Training wieder ein paar Skillpunkte bekommen. Die habe ich verteilt. Und mittlerweile sind wir auf einer 72er Gesamtstärke. Und wir sind zumindest wieder zu den Auswechselspielern aufgestiegen. Und damit starten wir jetzt hier rein ins Spiel, wo wir dann vermutlich unser Comeback geben werden. Nach der langen Verletzung stehen wir endlich zumindest mal wieder im Kader. Hoffentlich werden wir dann auch eingewechselt und können ein bisschen einen kleinen Impact haben auf das Spiel. Ich würde sagen, wir starten mal rein und gucken, wir kommen hier rein. 84. Spielminute. Was soll ich denn in der 84. Minute noch machen? Aber es steht 1 zu 1. Wir könnten hier tatsächlich noch in den letzten gut 5 Minuten, die hier noch zu spielen sind, plus Nachspielzeit, es vielleicht tatsächlich schaffen, das Spiel noch für uns zu entscheiden. Hier werden wir jetzt also eingewechselt. Nach langer Verletzungspause von 4 Wochen geben wir jetzt hier endlich unser Comeback nach Einwechslung. 3 Pässe, das sollte möglich sein. Auch das könnte möglich sein. Spielerwertung von 7,0. Wird, glaube ich, schon echt schwer, muss man sagen. Ich denke, wir nehmen mal das hier. Und dann gucken wir mal, ob wir hier tatsächlich noch einen kleinen Impact haben können im Spiel. Unsere Gegner kommen wir aber mit der ersten Möglichkeit. Bisher konnten wir noch nicht wirklich einen Impact haben. Man muss aber auch sagen, wir haben halt natürlich auch kaum Möglichkeiten, hier irgendwas zu leisten in den paar Minuten. Das wird eine schwere Aufgabe, hier überhaupt irgendwas aufs Plakett zu bekommen. Schöner hoher Ball jetzt hier von uns, unserem Kollegen, direkt in die Füße. Aber er verspielt ihn. Aber das war die erste gute Aktion von uns hier im Spiel. Auch wenn es das tatsächlich bewertungstechnisch irgendwie gar nicht nach vorne bringt. Nochmal eine Chance. Und wir gehen hier mit 2 zu 1 in Rückstand. Das muss man aber auch sagen, ist bisher verdient. Also unsere Teamkollegen kommen hier bisher überhaupt nicht ins Spiel. Da kommt ja gar nichts. Und wir haben halt natürlich auch keine Möglichkeit. Du kommst in ein Team rein, was bisher wirklich kein gutes Spiel macht. Und willst dann irgendwie was leisten. Aber klar, das ist dann auch nicht so einfach. Somit jetzt hier verdient 2 zu 1 hinten. Ja, es sieht so aus, als gäbe es die nächste Niederlage. Und damit ist das Spiel jetzt hier auch aus. Ich denke, am Ende holen wir uns hier eine 6,4er Bewertung. Das ist, naja, okay. Zumindest das Passziel müssten wir, glaube ich, abgeschlossen haben. Aber ansonsten muss man jetzt sagen, was willst du nur 5 Minuten machen. Da ist es jetzt auch schwer, irgendwie was richtig Gutes abzureißen. Vor allen Dingen, wenn unsere Mannschaft so schlecht spielt, wie sie es aktuell tut. Dessen ungeachtet verlieren wir hier aber wieder 15 Punkte bei unserem Trainer. Und sind jetzt wieder in die Reserve zurückgerückt. Wo ich mir denke, so, ja, was soll ich denn tun? Ich spiele 5 Minuten. In 5 Minuten werde ich es ja wohl kaum irgendwie schaffen, mir wirklich was rauszuspielen. Also dementsprechend, ja, naja. Müssen wir wieder durchs Training wieder versuchen, in die Reserve zu kommen. Und dann mal, vielleicht, wenn wir ein bisschen mehr Einsatzzeit kriegen, hoffen, dass wir irgendwie wieder in die erste Elf kommen. Aktuell läuft unsere Karriere gar nicht so, wie wir das erhofft hatten. Nächstes Spiel ist hier gegen Anderlecht. Die sind Zweiter in der Tabelle. Das ist natürlich ein richtig, richtig schwerer Gegner. Wir sind wieder nur Auswechselspieler. Aber immerhin haben wir es durchs Training geschafft, zumindest das zu sein. Ich würde sagen, auch da starten wir rein ins Spiel. Und wir gucken mal. Aha! Wir kommen beim Stand von 4 zu 977. Minute rein. Das ist natürlich auch super dankbar. Aber, ey, vielleicht können wir hier noch irgendwas machen. Ich würde sagen, wir starten rein. Und gucken mal, ob wir hier tatsächlich noch irgendwie einen kleinen Impact aufs Spiel haben können. Und hoffentlich zumindest das Ergebnis ein bisschen verschönern. Unsere Ziele hier für heute. Ein Tor oder eine Vorlage, ne, eine Vorlage generell machen. Eine Erfolgsquote von mindestens 50% bei der Chancenverwertung. Und eine Spielerverwertung von 7,0. Beides wird relativ schwer. Ich denke, wir nehmen das hier. Aber, ach, das wird alles nicht ganz so einfach, das wieder in der kurzen Zeit zu erreichen. Jetzt hier war tatsächlich mal eine Möglichkeit. Schön herausgespielt. Wir waren da mit drin. Jetzt kann er den Ball noch rüberlegen. Er schießt! Das habe ich auch schön gemacht, würde ich sagen. Weil ich habe gesagt, er soll nicht rüberpassen. Dann im letzten Moment umentschieden. Er soll schießen. Dadurch natürlich schon die Verteidiger nach innen gerückt zu mir. Und er kann das Ding einfach oben einschweißen. Und wir machen tatsächlich noch ein Tor. Und wir, weil wir den Pass gespielt haben, kriegen sogar noch die Vorlage dafür. Damit haben wir tatsächlich eins unserer Ziele tatsächlich sogar abgeschlossen. Auch wenn das tatsächlich relativ wenig bei unserer Bewertung geändert hat, dass wir gerade eine Vorlage hatten. Aber naja, das ist ein richtig guter Einstand hier für uns. Hoffentlich können wir in dem Spiel vielleicht sogar noch ein bisschen mehr erreichen. Anderlecht. Auch nochmal mit einer Möglichkeit. Ja, mittlerweile schon wieder die 87. Spielminute. Also es ist halt einfach schwer in der kurzen Zeit wirklich einen eigenen Impact aufs Spiel zu haben. Aber immerhin haben wir ein Tor vorbereitet. Schöner Ball hier wieder von uns. Wunderbar gespielt. Jetzt kommt der Ball auf uns. Können wir daraus was machen? Ah, es war abseits. Schade. Aber wir sind wieder gut drin. Also eigentlich sind wir hier wirklich ein belebender Faktor im Spiel. Nur das wird halt leider wieder bei der Bewertung nicht wirklich mit berücksichtigt. Und das Spiel ist hier aus 4 zu 1. Verlieren wir also. Was ein bisschen schade ist. Wir haben eine 6,9er Bewertung. Wir sind halt wirklich an 0,1 Punkt vorbei. An einer 7,0er Bewertung. Damit hätten wir zwei positive Bewertungen hier gehabt. Und wären damit, glaube ich, dann auch tatsächlich positiv wieder gewesen. So werden wir wieder negativ beim Trainer auffallen. Was natürlich für uns schon ein bisschen bitter ist. Muss man ehrlich sagen. Aber ey. Man sieht hier. Wir waren immerhin mit 0,6,9 tatsächlich bester Spieler bei uns im Team. Also das hat zwar auch keinen Einfluss auf unsere Bewertung. Aber eigentlich können wir zufrieden sein mit der Leistung. Aber wie schon angekündigt. Werden wir aber durch bei unserem Trainer wieder weiter fallen. Wir bleiben also Reservespieler oder Eiswechselspieler. Es wird echt schwer da wieder rauszukommen aus diesem Strudel. Weil du hast halt keine Möglichkeit. Du müsstest halt wirklich einen richtigen Sahnentag haben. Um überhaupt eine Möglichkeit zu haben. Aus der Reserve oder der Bank im Endeffekt. Durchs Training werden wir wieder auf die Bank kommen. Aber da irgendwie rauszukommen. Nächstes Spiel. Nächstes Muster. 76. Minute kommen wir rein. Und jetzt sogar noch als ZM. Ich kriege die Krise. Wie wollen wir denn irgendwie aus diesem Strudel rauskommen? Wir versuchen es jetzt natürlich als ZM. Aber sind wir mal ehrlich. Dass wir als ZM die Tore machen. Um ansatzweise da rauszukommen aus diesem Strudel. Ich weiß ja nicht. Schauen wir uns mal unsere Ziele an. Spielerbewertung von 7,0. Erfolgreiche Dribblings. Das kann tatsächlich funktionieren. Und ein Tor von außerhalb des Strafraums. Davon bin ich jetzt noch nicht so ganz überzeugt. Wir nehmen das mit den Dribblings. Und schauen mal. Ob wir hier tatsächlich was erreichen können. Erstmal eine Ecke. Perfekt. Wir kommen rein. Und wir gehen mit 1,0 in den Rückstand. Das ist ja mal der Einstand. Den man sich hier erhofft hat. Es geht also auch weiter mit dem Negativstrudel hier von uns. Generell. Die ganze Mannschaft spielt einfach schlecht. Und wir haben natürlich auch keine Möglichkeit. Irgendwas zu ändern. Weil wir einfach nicht genug Einsatzzeit bekommen. Das ist auch gar nicht die Laie, die wir uns so vorgestellt haben. Das ist auch klar. Man lässt sich von Liverpool aus sein in die belgische Liga. Um Einsatzzeit zu generieren. Und nicht um hier auf der Bank zu versauern. Und dann in der 76. Minute der ZM eingewechselt zu werden. Jetzt kommen wir hier. Schussmöglichkeit. Ja, wir versuchen es mal aus der zweiten Reihe. Unser Ziel ist ja ein Tor aus der zweiten Reihe zu erzielen. War natürlich hier unser schwacher Fuß. Das muss man auch sagen. Aber gar nicht mal so ungefährlich. Zumindest mal eine Annäherung. Aber wir kommen hier. Schön gemacht. Jetzt der Ball. Da sind wir. Da sind wir. Abstauber. Als ZM. Sind wir in Mittelstürmerposition. Zeigen, was wir können. Und wir machen das Tor. Da ist es. Das langersehnte Tor. Ich habe es gesagt. Wenn wir aus diesem Strudel rauskommen wollen. Von der Bank brauchen wir ganz dringend Tore. Und hier ist es. Abschluss hier von unserem Teamkollegen. Torhüter ist nicht sattelfest. Kann den Ball nicht festhalten. Und das Ding fällt uns mal direkt vor die Füße. Wir sind da und netzen ein. In Mittelstürmermanier passen wir da gut auf. Und hauen das Ding rein. Im Übrigen war das glaube ich gerade unser erstes Tor generell hier für unseren neuen Verein. Also dementsprechend. Das ist vielleicht der Einstand. Vielleicht ist genau das das was wir gebraucht haben hier. Um jetzt dann richtig anzugreifen. Auch in der belgischen Liga zu zeigen was wir eigentlich wirklich können. Schön gespielt. Und wieder sind wir in Mittelstürmerposition. Kommission frei. 2 zu 1. Wir drehen das Spiel her. Und wir sind hier der Mann des Spiels. Das kann man ganz klar so sagen. Komm hier rein. Machen zwei Tore. Richtig schöner Angriff. Auch perfekt in die Spitze durchgestartet. Als ZM muss man so gesagt sagen. Da spielen wir gerade. Machen das richtig richtig stark hier. Wunderbarer Angriff. Wunderbares Tor. Das muss es doch jetzt in der Gunst des Trainers wieder ein bisschen nach oben bringen. Jetzt marschieren wir hier die rechte Seite runter. Da kann unser Gegenspieler nicht wirklich mithalten. Ja gut Flankenmöglichkeit. Leider nicht ganz punktgenau. Und das Spiel ist aus. Wir beenden das Spiel hier mit zwei Toren. Eine 8,6er Bewertung. Und einem richtig richtig guten Spiel. Ich weiß nicht was unsere Ziele angeht. Dann müssten wir eventuell tatsächlich keins haben. Ich weiß da doch. Wobei die 7 Minuten nochmal Nullerwertung haben wir auf jeden Fall. Die anderen weiß ich tatsächlich gerade gar nicht. Na ja. Spielerbewertung haben wir. Und erfolgreiche Dribblings haben wir abgeschlossen. Weitschusstreffer natürlich nicht. Und wir sind der Man of the Match geworden. Hier seht ihr die Trophäe. Bringt uns allerdings nicht mal in die Startelf. Das bringt uns nur ganz knapp auf eine Auswechselposition. Also ich sage da mal nichts mehr zu. Aber ey. Es ist zumindest ein guter Anfang. Wir arbeiten uns ein bisschen langsam wieder in die Mannschaft rein. Haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Unsere ersten zwei Treffer hier für unseren neuen Verein. Auch endlich markiert. Und somit denke ich, dass wir da weitermachen können. Ebenfalls haben wir wieder vier Skillpunkte zu vergeben. Das kann uns natürlich auch nochmal ein bisschen pushen. Nächster Gegner wäre dann hier Brügge. Ich würde aber sagen, dass wir das Spiel dann schon in der nächsten Episode angehen. Da sollten wir dann auf jeden Fall klare Auswechselspieler sein. Vermutlich auch ein ganzes Stück früher hoffentlich jetzt mal reinkommen. Und dann vielleicht auch mit der Leistung, die wir im letzten Spiel gezeigt haben, daran weiter anknüpfen. Ich denke, dann haben wir auch eine gute Möglichkeit hier was zu machen. Auch der Negativstrudel von unserer Mannschaft wurde ja aufgefangen. Dadurch, dass wir zwei Tore gemacht haben, das Spiel gedreht haben. Leider hat das nicht so viel Auswirkung auf unsere Bewertung bei unserem Trainer. Das muss man leider ehrlich sagen. Aber alles in allem sieht es trotzdem ganz gut aus. Ich hoffe, dass wir jetzt so weitermachen können. Hier gegen Brügge dann eventuell tatsächlich nochmal ein, zwei Treffer nachlegen können. Vielleicht auch eine Vorlage. Und dann tatsächlich vielleicht auch mal wieder in die Startelf kommen. So langsam, das wäre ganz geil. Die Verletzung hat, das muss man wirklich sagen, in der Karriere deutlich, deutlich ausgebremst. Das wiederum ist relativ realistisch, finde ich. Ein junger Spieler, der sich so früh in seiner Karriere verletzt, der ist natürlich ausgebremst. Das sieht man jetzt hier. Jetzt müssen wir uns zurückkämpfen. Das im letzten Spiel war das, woran wir uns messen müssen. Und ich hoffe, dass wir es im nächsten Spiel wieder hinbekommen. Jetzt würde ich sagen, wenn diese Folge gefallen hat, lassen wir doch gerne ein Like und ein Abo da. Denn dann sehen wir uns auch das nächste Mal hier wieder in der Fußballzentrale. Und dann sehen wir uns auch das nächste Mal hier in der Fußballzentrale.